Vieles in der Wahrnehmung ist nicht so, wie es uns erscheint. Beispielsweise gehen wir davon aus, dass wir die Welt scharf und klar sehen. Das gilt aber nur für einen kleinen Bereich. Wir sehen nur das scharf, was wir direkt anschauen. Ohne bewusstes Zutun stellt das Auge, ähnlich einer Kamera ein betrachtetes Objekt scharf. Die größte Sehschärfe erreicht das Auge in der Fovea, die nur 0,01% der Netzhaut ausmacht. Damit das einfallende Licht eines fixierten Objekts direkt auf die Fovea fallen kann, wird es durch die Linse gebrochen. Je nach Entfernung des Objekts ändert sich die Form der Linse und damit ihr Brennpunkt. Sowohl weit entfernte als auch nahe Objekte werden so scharf gestellt. Diesen Vorgang nennt man Akkommodation. Im Alter kann eine Altersweitsichtigkeit auftreten, da die Elastizität der Linse abnimmt. Eine zusätzliche künstliche Linse, wie eine Brille, korrigiert den Strahlengang so, dass der Brennpunkt wieder auf die Fovea fällt.